Diese ältere Dame machte einen Spaziergang im Wald, als sie auf eine seltsame Katze stieß. Was dann geschah war noch seltsamer und was sie tat, war völlig unfassbar. Vera machte einen letzten Spaziergang durch den Wald. Was ihre Lieblingsbeschäftigung war, wurde nun zu einer schmerzhaften Übung. Sie verließ die Stadt gegen ihren Willen und hatte beschlossen, sich von dem Wald zu verabschieden, den sie liebgewonnen hatte. Veras Schritte halten durch den Wald, jeder Einzelne trug die Last der Nostalgie in sich. Das einst pulsierende Dorf Tabagatai, das im Herzen Russlands lag, sah sich nun dem drohenden Schatten der Urbanisierung gegenüber. Die einst belebten Straßen, in denen das Lachen der Menschen widerhallte, wurde nun durch eine unheimliche Stille ersetzt. Bewohner wie Vera sahen sich in den Fängen des Wandels und waren gezwungen, sich von der Beschaulichkeit zu verabschieden, die sie einst kannten. Als sie die vertrauten Pfade entlang ging, glitzerten die Augen der älteren Frau vor lauter Tränen, als sie sich an die Tage erinnerte, als Tabagatai noch ein Ort der Schönheit und Einfachheit war. Das Leben verlief langsamer und die Luft war erfüllt vom süßen Duft der Einheit. Aber die Winde des Wandels hatten die Fäden der Verbundenheit durcheinandergewirbelt. Die jungen Leute, die von den Verlockungen der großen Städte und den Möglichkeiten, die sich in den Boten angelockt wurden, zogen einer nach dem anderen weg und hinterließen eine Leere in dem einst so zufriedenen Dorf. Und dann fegte das Echo des Krieges durch Tabagatai und nahm die Vitalität des Dorfes mit der Mobilmachung des Kremls in Beschlag. Veras vier Söhne wurden wie viele andere zu unfreiwilligen Teilnehmern des nationalen Aufrufs zu den Waffen. Sie war am Boden zerstört, als die Nachricht kam, dass drei ihrer Söhne gestorben waren. In dem einstmals vollen Haus herrschte nun die quälende Stille des Verlustes. Ein Schmerz, der jeden Winkel durchdrang. Monate später gab es einen Hoffnungsschimmer, als ein Sohn zurückkehrte, allerdings nicht unversehrt. Sein Körper trug die Narben der Schlacht. Ein Zeugnis der harten Realität des Krieges. Mit schwerem Herzen sowohl vor Trauer als auch vor Erleichterung suchte Veras Sohn Trost in der großen Stadt, wo seine eigene Familie auf ihn wartete. In der Zwischenzeit wurde Tabagatai aufgegeben. Die Gebäude zerfielen immer mehr. Vera war eine der letzten Menschen, die noch geblieben waren. Vor einer Woche war ihr Nachbar, Großvater Micha, verstorben. Nach seinem Tod war Vera mit 88 Jahren die einzige Bewohnerin der gemeinsamen Straße. Das Knarren seines letzten Hauses und die Stille in den Straßen, die einst von der Energie der Gemeinschaft gefüllt waren, machten ihr ihre Einsamkeit bewusst. Als er von Michas Tod erfuhr, eilte Veras einziger überlebender Sohn an ihre Seite. Er konnte den Gedanke nicht ertragen, dass seine Mutter allein in der Einöde unterwegs war und bestand darauf, sie in die Stadt zu bringen. Doch Vera blieb auf dem Land, das sie jahrelang bewirtschaftet hatte, treu. Auf ihrem Hof waren die Spuren ihrer Arbeit zu sehen, ein Beweis für ihre Unverwüstlichkeit. Trotz der hartnäckigen Bitten ihres Sohnes, zu ihm in die Stadt zu ziehen, klammerte sie sich an die Vertrautheit ihrer Umgebung. Die weitläufigen Felder, das bescheidene Bauernhaus und die Erinnerung, die in jeder Furche des Bodens stecken, verankerten sie in Tabagatei. Als ihr Sohn sie drängte, die Stadt zu verlassen, war Vera hin und her gerissen zwischen der Umarmung der Stadt und dem Dorf, in dem ihre Erinnerungen wohnten. Nachdem sie viel Überzeugungsarbeit geleistet hatte, stimmte sie widerwillig zu, nach einer letzten Pilgerreise durch die vertrauten Wälder abzureisen. In Gedanken versunken bemerkte die ältere Frau, die Kreatur fuhr sich erst, als sie über sie stolperte und ihr plötzlicher Schrei durch den stillen Wald drang. Die unerwartete Begegnung ließ Vera aus ihrer nachdenklichen Trance aufschrecken. Als sie ihre Fassung wiedererlangte, sah sie sich der seltsamsten Katze gegenüber, die sie je gesehen hatte. Die Farbe ihres Fells war seltsam im Vergleich zu den dunkleren Tönen der russischen Katzen, die sie gewohnt war. Die Intensität seiner Farbe, ein feuriges Rot, fesselte ihren Blick. Obwohl sie eine ältere Frau war, die schon viel erlebt hatte, war sie noch nie einem so eigenartigen, katzenartigen Begleiter begegnet. Die Katze mit dem auffälligen Äußeren schaute sie mit Augen an, in denen ein tiefes Verständnis zu liegen schien. In ihrem Miauen schwang ein Schmerz mit, der an Veras Herz zerrte. Da sie der Anziehungskraft des Tieres nicht widerstehen konnte, bückte sie sich, um es aufzuheben. Zu ihrer Überraschung zeigte die Katze ein ruhiges Verhalten, als sie sie in den Arm nahm und mit den Fingern durch ihr Fell strich. Zwischen den beiden bestand sofort eine Verbindung. Als sie beschloss, die Katze zurück in die verlassene Stadt zu bringen, wurde die Sorge der älteren Frau immer größer. Als die vertrauten Umrisse des Dorfes in der Ferne auftauchten, wurde sie von einer neuen Sorge gepackt. Wer würde sich um das Tier kümmern, wenn sie weg war? Das Dorf, in dem keine Menschen mehr lebten, bot keine Sicherheit für eine Katze? Sie drohte zu verhungern. Ein Schicksal, das Veras mitfühlendes Herz schwer belastete. Veras Dilemma vertiefte sich, als sie über ihre Optionen nachdachte. Mit der Katze in die Stadt zu fahren, kam nicht in Frage. Die Frau und das Kind ihres Sohnes, die in der Stadt wohnten, litten unter Allergien. Die Katze in ihr Haus zu bringen, würde eine Gefahr für die Gesundheit darstellen. Die Katze im Dorf zurückzulassen, fühlte sich jedoch wie eine Verurteilung zum Verlassensein an. Die einsamen Straßen boten dem Tier weder Trost noch Nahrung. Sie würde allein durch die Überreste einer einst blühenden Gemeinschaft wandern und nach Resten suchen, die es nicht mehr gab. Es wäre ein grausames Schicksal für eine Kreatur, die in Veras Armen Trost gefunden hatte. Als sie sich dem Dorfrand näherte, drückte die Last der Verantwortung auf Veras Schultern. Die Katze, die sich an sie schmiegte, schien ihre innere Zerrissenheit zu spüren und appellierte an ihr Gefühl des Mitleids. Vera seufzte. Sie brauchte ein Wunder, und zwar schnell. Doch das Schicksal hatte noch eine weitere Überraschung für sie auf Lager. Plötzlich sah die Frau eine Gestalt in der Ferne auftauchen. Ein junges Mädchen, das in dem verlassenen Dorf fehl am Platz zu sein schien, ging auf sie zu. Überrascht von der unerwarteten Anwesenheit eines anderen Menschen, blieb Vera stehen. Seit Tagen hatte sie sich an die stille Gesellschaft der Waldbewohner gewöhnt und fand Trost im Flüstern des Windes und dem Rascheln der Blätter. Das plötzliche Auftauchen eines anderen Wesens, insbesondere eines jungen Mädchens, löste in Vera eine Mischung aus Überraschung und Hoffnung aus. Sie konnte sich nicht daran erinnern, sie jemals gesehen zu haben, was schon seltsam genug war, wenn man bedenkt, dass man die Einwohner ihres Dorfes an den Fingern einer Hand abzählen konnte. Sie betrachtete diese Begegnung als Glücksfall und ging auf das Mädchen zu. Ihre Blicke trafen sich und Vera beschloss, ein Gespräch zu beginnen. Sie fragte das Mädchen nach ihrem Alter und als sie erfuhr, dass sie 16 war, ergriff Vera die Gelegenheit, die ihr das Schicksal geboten hatte. Sie erklärte ihr ihre missliche Lage, den unfreiwilligen Umzug, die Katze in ihren Armen und die verzweifelte Notwendigkeit, jemanden zu finden, der sich um das Tier kümmert. Die alte Frau flehte das junge Mädchen an, die Katze in ihre Obhut zu nehmen. Die Dringlichkeit ihrer Bitte spiegelte ihre tiefe Sorge um das Tier wieder, das sie in der Stille des verlassenen Dorfes liebgewonnen hatte. Sie erzählte ihre Geschichte und legte die Umstände offen, die sie zu diesem Moment geführt hatten, in der Hoffnung, dass das Mädchen den Ernst der Lage verstehen würde. Vera hatte immer gedacht, dass sie gut darin war, Menschen zu lesen, aber das Gesicht der jungen Frau vor ihr blieb während des gesamten Gesprächs bemerkenswert ruhig und emotionslos. Dennoch nahm sie die unerwartete Bitte an. Sie nahm die Katze in ihre Arme und streichelte sanft über ihr Fell. Erleichtert, dass die Katze von einer anderen freundlichen Seele aufgenommen wurde, fühlte Vera ein bittersüßes Gefühl in sich aufsteigen. Die Übertragung der Verantwortung war zwar notwendig, aber sie zerrte an ihrem Herzen. Doch dann brach das junge Mädchen zum Erstaunen der Frau in Tränen aus. Der plötzliche Gefühlsausbruch traf Vera unvorbereitet. Instinktiv streckte sie die Hand aus, um das Mädchen zu trösten und ihm angesichts des unerwarteten Kummers eine beruhigende Präsenz zu bieten. Als das Schluchzen nachließ, schaute Vera das Mädchen besorgt an. Als sie sich wieder gefasst hatte, fragte sie vorsichtig, was die Traurigkeit ausgelöst hatte. Das Mädchen wischte sich die Tränen weg und begann, die traurigste Geschichte aller Zeiten zu erzählen. Ihr Name war Anja und sie stammte aus einem nahegelegenen Dorf. Sie war ein Waisenkind, das auf der Suche nach Essen aus dem Waisenhaus geflohen war. Das Waisenhaus war von den Angestellten verlassen worden und nur sechs Kinder waren übrig geblieben. Sie hatten kaum genug zu essen und das war der Grund, warum sie als Älteste so weit gekommen war, um nach Essen zu suchen. Sie liebte die Katze und wünschte, sie könnte sie haben, aber sie wäre nicht in der Lage, sie zu versorgen, da sie selbst kaum etwas zu essen bekam. Vera war von Anjas Geschichte so gerührt, dass sie das Mädchen bat, mit ihr nach Hause zu kommen. Während sie nach Hause gingen, brütete sie einen Plan aus. Ein Plan, der alle schockieren würde. Als sie sich Veras Haus näherten, fühlte Anja eine Mischung aus Dankbarkeit und Angst. Die ältere Frau hatte sich ihre Notlage angehört und zeigte ein seltenes Maß an Verständnis und Mitgefühl. Beim Betreten ihres Hauses blickte Veras Sohn Ivan überrascht auf, als er seine Mutter in Begleitung eines jungen Mädchens und einer Katze sah. Dann forderte die alte Frau die beiden auf, sich an den Küchentisch zu setzen. Im Raum herrschte eine gespannte Atmosphäre, die auf eine bevorstehende Enthüllung hindeutete. Als sie sich in dem bescheidenen Wohnzimmer niederließen, begann Vera ihrem Sohn Anjas Geschichte zu erzählen. Die Worte sprudelten nur so aus ihr heraus und machten deutlich, wie sehr das junge Mädchen zu kämpfen hatte und unter welch schlimmen Bedingungen die verbliebenen Waisenkinder in dem verlassenen Haus lebten. Der Mangel an Nahrung, der ständige Hunger und der verzweifelte Kampf ums Überleben zeichneten ein düsteres Bild. Ivan hörte aufmerksam zu und in seinen Augen spiegelte sich eine Mischung aus Überraschung und Sorge. Der Ernst von Anjas Situation lastete schwer auf dem Raum. Entschlossen, sowohl für Anja als auch für das Dorf einen neuen Weg einzuschlagen, erläuterte die ältere Frau ihren Plan. Sie wollte die sechs Kinder aus dem verlassenen Waisenhaus zu sich holen, um bei ihr zu leben. Der Schock auf Ivans Gesicht war deutlich zu sehen, als er sich mit dem unerwarteten Vorschlag auseinandersetzte. Ruhig, aber bestimmt erklärte Vera, dass ihr großes Haus und ihr Bauernhof sie alle in dieser schwierigen Zeit ernähren könnten. Auf diese Weise müsste sie ihr geliebtes Dorf nicht aufgeben und würde den Waisenkindern und der schönen fremden Katze ein liebevolles Zuhause bieten. Ivan versuchte, seine Mutter zu überreden, es sich noch einmal zu überlegen. Die Stadt mit ihren Annehmlichkeiten und ihrem modernen Komfort schien die sichere Wahl zu sein. Doch Veras Herz war auf einen Weg des Mitgefühls ausgerichtet, der den konventionellen Erwartungen ihrer verlassenen Gemeinschaft widersprach. Nach einiger Zeit erkannte Ivan, dass die Entscheidung seiner Mutter aus dem aufrichtigen Wunsch heraus getroffen wurde, etwas Positives zu bewirken. Sie hatte ihre eigenen Söhne nicht vor der Welt schützen können, aber das Leben gab ihr jetzt die Möglichkeit, andere Kinder vor einem schrecklichen Schicksal zu bewahren. Die Freundlichkeit ihrer Absichten ließ ihn aufhorchen und er beschloss, ihren unkonventionellen Plan zu unterstützen, anstatt zu versuchen, sie umzustimmen. Aufregung lag in der Luft, als Anja, Vera und Ivan zu dem verlassenen Waisenhaus führte. Mit einem neuen Gefühl der Hoffnung stellte das Mädchen Mutter und Sohn den anderen Kindern vor. Sie besaßen nur sehr wenig und brauchten nicht viel Zeit, um über Veras Angebot nachzudenken und zu packen. Nach ihrer Rückkehr zum Haus seiner Mutter krempelte Ivan die Ärmel hoch und half mit, die Kinder in ihrem neuen Zuhause einzugewöhnen. Es herrschte rege Betriebsamkeit und das große Haus, das einst in seiner Einsamkeit ruhig war, wurde zu einem Ort des gemeinsamen Lachens und der neu gefundenen Kameradschaft. Die Kinder, die anfangs vorsichtig, aber neugierig waren, wurden schnell mit Veras Freundlichkeit warm. Die geheimnisvolle Katze, die sie nun liebevoll Liska nannten, wurde für die Kleinen sofort zu einem Quell der Freude. Sie strahlten über das ganze Gesicht, als sie ihre neuen Katzenfreundin mit Liebe überschütteten. Aus Tagen wurden Wochen und das große Haus wurde zu einem Zufluchtsort für die provisorische Familie. Vera gab den Kindern mit ihrer langjährigen Weisheit Orientierung und Wärme. Der Bauernhof, der einst in Einsamkeit bewirtschaftet worden war, halte nun von der gemeinsamen Arbeit und dem Lachen wieder. Als Ivan das Geschehen beobachtete, konnte er nicht anders, als über die unerwartete Wendung der Ereignisse zu staunen. Was als zufällige Begegnung mit einer seltsamen Katze im Wald begonnen hatte, hat es sich nun zu einem bedeuteten Kapitel für seine Mutter und die verlassenen Kinder entwickelt. Als er sich auf die Rückkehr in die Stadt vorbereitete, konnte er nicht anders, als stolz auf die Fähigkeit seiner Mutter zu sein, Veränderungen anzunehmen und eine neue Geschichte für ihr geliebtes Dorf zu weben. Der einst skeptische Sohn verstand nun, dass unkonventionelle Entscheidungen manchmal zu einem unerwarteten Segen führen können. Was für eine herzerwärmende Geschichte! Hat sie dir auch so gut gefallen wie uns? Würdest du dein geliebtes Dorf lieber für die Annehmlichkeiten der Stadt zurücklassen oder mit einer ungewöhnlichen Familie an deiner Seite dafür kämpfen, es am Leben zu erhalten? Teile deine Gedanken in den Kommentaren unten mit und bleib dran für weitere außergewöhnliche Geschichten!